Der Odyssey von Nike begeistert als bequemer Schuh und eignet sich prima für alle Läufer, die gerne Stabilität und Komfort vereinen möchten. Der Schuh ist bei all seiner Stabilität recht leicht. Möglich macht das auch das Mesh-Material, welches atmungsaktiv ist. Für einen sicheren Sitz der Füße im Schuh sorgt das Flywire-Schnürsystem. Es lässt sich individuell an deine Füße anpassen. Die komfortable Zwischensohle wird mit dem bewährten Dynamic Support System ergänzt. Dadurch wird dein Fuß beim Aufsatz gestützt und stabilisiert. Dank der Zoom-Kissen unter der Ferse und dem Vorfuß bietet der Schuh einen hohen Trage- und Dämpfungskomfort. Seine strapazierfähige Waffel-Außensohle ist mit Flexkerben versehen und lässt dadurch eine natürliche Abholbewegung zu. Der Nike Zoom Odyssey ist ein Schuh für alle Läufer, die einen gut gedämpften und komfortablen Laufschuh suchen, der mit Stabilität überzeugen kann. Du bekommst ihn in deiner Runnerspoint-Filiale oder direkt hier im Onlineshop unter runnerspoint.com.